ja ich habe einen Screenshot gemacht ich hab's verstanden ja bitte weg naja The Short and the Tell Loading Sorry für diesen lustigen Einstieg in das Spiel jetzt ja tut mir leid Welcome to the... Ja Heyo Noeho Es tut mir leid ich kann's nicht lesen ich weiß nicht ob das ein H oder ein N ist We are very pleased to help you give us a critical situation Ähm wir haben Probleme mit der Basis Ähm Nummer oder kein Ende der Hoffnung Also anders das ist der Name No end at Hope 12 Die Inspektion ähm hat eine Mal Function weiß ich jetzt nicht irgendwas entdeckt Und dein Job ist es ähm den Synchronisationspunkt B zu erreichen remotely und ihn zu kontrollieren irgendwie Mein Englisch ist sicher das Beste Meine Premiere Mission Ähm wurde geupdatet Benutzt den SynBee Benutzt den SynBee Explorieren The Main Way The Family Halder Leute ich kann kein Englisch Iiiiih Sind mir so leid Und ähm Sektor ID Sektor 01 Once you have found the proper reactive it Thanks and good job for you Ja ihr wisst ja was da stehen würde Äh Es wundert mich es leckt ganz Es leckt ganz leicht aber Oh alter 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 Oh jetzt hab ich das Tutorial übersprungen Nein Ich wollt äh Controls Muss definitiv die Maus in sie hoch stellen Äh Ja Ja Sollte Jetzt Ach viel besser So Ähm Ups Please press Spacebar Ach genau Genau warte mal Controls Kann ich hier irgendwo Nein kann ich nicht Unter Main Nein kann ich nicht Schade Also dann zeig ich mir nur nochmal meine Objectives an Ich weiß mal das ist das gleiche alles Kann ich rauszoomen irgendwie Was haben wir hier denn Ah Das hat wohl was mit dem Body Changer zu tun Ja The Body Changer Ich hab jetzt glaube ich die Äh Also Full Functional Without Effective Teal Be harmed by Red Water Ich hätte es einfach mal ähm Warte mal Das ist jetzt ein kleiner Dummy Test Das rote war für B Okay Ah ja Da oben sehe ich meine Health Bar Die gerade ziemlich geschrumpft ist Hä genau 50% Ja wir wissen Rot ist böse Rot macht Aua Ähm Ein Spiel von The Short and the Tell Der gute Alessio hat mir jetzt Ähm Die Alpha gegeben Ich glaube das ist die Alpha Und Ich werde jetzt einfach mal anzocken Und let's playen Und press escape Heat to skip Achso Aha Ist das ein Laser pointer? Ach ich würde gerne springen Ich liebe es ja in den Spielen rum zu hüpfen Was ist das? Was ist das? Kann ich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äh Wartet mal Ach guck mal hier Aha Ne Ich such grad Wir haben noch grad was aufgel... Ah hier Ah warte so Kann ich Ich folge einfach meinem Kabel Ich weiß nicht was ich tun soll Halt warte da ist was Äh Äh Ein Control Panel Ah ok Jetzt zeigt mir quasi Dass diese Dinger an sein müssen Ah jetzt Ok 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 Hold right button Der 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 Und der Und der Ok Is this zone there is a noise or a secret system corrupted camera will find Ah das ist anscheinend irgendwas böses mit Kameras und so Ich soll irgendwas finden um den kaputt zu machen Warte mal kann ich nicht Nein Äh Äh Ich weiß mal hier sterbe ich oder So Jetzt Vielen Dank.